Vielleicht finden wir noch eine Truhe. Oh, sag ich doch. Hier, alle sind super. Yay! Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Gut, 3, 2, 1, go! Nein, das war der falsche Server. Yo, Leute, weiter geht's mit. Hallo. Bist du das da unten? Ja, gut. Hallo. Hallo. Ich bin wieder in diesem Schleimraum. Cool. Das hört sich voll eklig an. Ich hör voll viele Spinnen. Ich glaub, hier ist noch irgendwo ein Spinnen-Spawner. Äh, Spawner. Ach, da bist du. Da ist der Creeper wieder den Kiel ich jetzt erstmal. Oha! Oh! 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 Okay, ich denke, wir sind jetzt relativ gut die Kälte. Komm, komm. Ja, denke ich. Sollte mal wieder rausgehen, ne? Ja, können wir auch irgendwann mal wieder machen. Ähm, lass uns rausgehen. Was soll man denn da draußen? Äh, unseren Planten setzen. Äh, Selbstmord begehen? Äh, nein, eigentlich bis zum Rand mitlaufen und uns in die Luft bauen und dann chillen. Ach so, in die Luft jagen, genau. Ach, du bist lustig. Ach, du bist lustig. Ne, ich bin ultra lustig, ich weiß. Oh, nur weil... Das ist ne gute Frage. Da fragst du den mit dem besten Orientierungssinn der Welt. Oha, Sackgasse, wie schön. Ob wir den jemals wiederfinden? Nein. Ist ne gute Frage. Kannst du den Hof bauen? Ne, ich will den Ofen jetzt wieder haben. Oh, wir müssen hier zurück. Du hast den Ofen und so? Ach so. Ach so. Na dann... Guck mal, hier waren wir noch nicht. Hm, glaub auch. Also ich kann nicht essen. Äh, du legst es gerade jetzt hin. Äh, liegt das gerade an mir, oder...? Ja. Alter, Vater, was ist denn jetzt los? Oh, ja, bei mir war bestehend schon nicht, Junge. Ne, das war bei mir gerade. Du warst einfach plötzlich vor mir. Ja, äh, das Lager lag aber, glaube ich, hat gerade am Server. Oh, jetzt Lager. Brauchen wir die, oder kann ich die zubauen? Warte, jetzt Lager. 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 Äh, links. Ne, das kann ich von dir aus zubauen. Äh, lol. Hä? Okay, jetzt aber schwack gerade richtig rum. Ja? Jetzt hab ich meine Kohle irgendwo verloren. Pfff. Nein, das war die Kohle. Das war die Kohle meines Lebens. Ach so. Kannst du nicht die Kohle meines Lebens? Ich habe Zombies. Äh, oh, Krieger. Ich hab noch Gold gefunden. Oh, ich hab 22 Gold. Und ich noch 8. Okay, Apfel. Hm. Einen Gold, äh, einen Goldblock können wir schon mal machen. Pfff. Ne, mehr. Zwei. Einen Goldblock. Ach so, du hast 16. Nein, ich hab 22. Ach so. Also 3. Ja, dann 3. Okay, jetzt auch nichts. Lass mich gehen. Hm. Ich hab die Kohle irgendwie verloren. Wir müssen jetzt schon mal Kohle wegnehmen. Also ich hab noch 14 Kohle, aber... Ach so, ja, das sollte eigentlich reißen. Okay, dann lass, äh, losgehen. Okay. Ach, dann geht's weiter. Okay. Hm. Hey, jetzt ist die Kohle wieder da. Ja, voll. Eigentlich würde ich ja ganz gerne noch mehr, noch mehr Dias finden. Joa. Ich glaub das ist ja mal keine. Mach, was brauchst du dich jetzt gerade nach oben raus? Weil ich weiß nicht. Hätt's ja ruhig mal für mich ne Treppe bauen können. Hallo? Oh. Ja, ladies first, ne? Scheiß Minecraft-Sons. Musik, Geräusche, Musik, tsch. Was? Du magst die In-Game-Musik nicht? Wie kannst du es wagen? Oh, Creeper. Fang an zu ackern, die haben schon ne Basis. Hm. Immer nicht zu wissen. Oh, ich sehe nix. Okay. Lass uns hier ne Treppe hochbauen. Ne, wart noch Gott. Da waren noch mehr Gänge, die wir noch nicht hatten. Vielleicht finden wir noch ne, äh, Truhe. Oh, sag ich doch. Hey, hey. Vier Eisen. Super. Pfff. Das hat's jetzt auch gelohnt, ne? Ja, wir werden noch mehr Truhen finden, hoff ich. Wetten? Nicht? Oh, soll ich den Enderman killen? Ne, lass mal auf. Wieso denn? Hey, noch nicht so ein Holdgang. Ich glaube, ich krieg's den Enderman. Ich will Enderman. Ich will Enderman haben. Da sag ich doch. Keine Enderperle gedroppt lassen. Das stimmt, Enderperle. Das stimmt, Enderperle. Ich hab' dann vergessen. Was ist diese Gruppe, warum waren wir nicht drin? Äh, ähm. So. Hier nochmal Lava und so. Und da ist schon wieder ein Krieger. Äh, warte, da waren nämlich auch noch Melonensamen und Kürbissamen drin. Soll ich die mal mitnehmen? Kürbissamen mitnehmen. Scheiße, Enderman. Melonsamen nehme ich auch mal mit. Ha, ich hab ne Enderperle. Sehr gut. Oh, und noch ein Spinnenspawner. Truhe. Truhe. Warum find ich heute alles Brot? Geil. Ich bin vergiftet. Boah. Oh, nein, äh. Fass. Danke. Oh, nee, noch mehr Spinnen. Aua! Nicht hauen. Oh, danke. Oh. Okay, das ist schon mal gut, weil ich... Oh, nee, weg hier. Da ist noch einer. Das ist schon mal gut, weil ich nämlich jetzt kein Ding ins mehr hab. Du hast kein Ding ins mehr? Oh, hey, wo bist du? Ich bin hier ein bisschen rum, irgendwo. Kein Steak mehr. Kein Steak mehr. Wie, du hast kein Steak mehr? Ich hab noch vier Stück. Was, was wissen du für'n verfressener Sack? Ich hab Angst vor Fledermollen. Ach so. Ich bin schon wieder vergiftet, ey. Was denn... Aua. Ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Guck mal 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 hier. Alter, hast du mich erschreckt. Hast du mich nicht gesehen? Nein. Oh, da steht ein Skelett. Cool. Guck mal hier. Okay. Nimm die Pfeile mit. Schon gleich. Oh, noch ein Krieger. Okay, wir kommen langsam immer höher, ne? Mhm. Irgendwie schon. Die geht aber weiter. Yay. Hier waren wir schon. Endermellen. Okay, ist nix. Also, ich wär ja am liebsten in die Höhle gegangen und wär auf Diamantenebene gegangen. Es wär viel klüger gewesen. Ach, das können wir später noch machen. Warum baust du nicht einfach links? Es wär viel schneller gegangen. Hier. Ach, du willst hochbauen? Dann lass mich jetzt auf die hier und sagen wir mal. Gut. Äh, brauchen wir Knochen? Nehm ich die hier. Brauchen wir Knochen? Ja, wenn wir was abbauen, geht's ein bisschen schneller. Hast du genug Fäden für Bögen? Ich hab elf Fäden, das soll reichen. Dann schmeiß ich meine 25 weg. Nee, 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 nein, brauche ich. Hä? Ja, jetzt müssen wir ja auch ein paar mehr Bögen schnacken für ein gutes. Okay. Spinnenauge behalte ich auch mal. Vielleicht sollen wir irgendwas brauen. Ich bin elf Frank. Ja, warte, warte. 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 Ist Joel's on? Nö. Warte, ich frag mal die an. Ist... Ich brauch schon mal weiter. Äh, geh mal kurz ein Stück weg, dass ich weiter... Ach, nee, brauch's nicht. Ich entschuldige mich für meine Rechenschreibung, falls das mal falsch ist. Hölle wird groß geschrieben. Hölle wird groß geschrieben. Hölle wird groß geschrieben? Mh. Ah, Entschuldige. Ja, ich hab halt Ferien, ne? Da rostet man so ein bisschen ein. Man spawnt schon. Okay, man... Das bedeutet, man muss zum Spawne-Manier-Lift kommen. Mh. Scheiß Gravel, ey. Das ist blöd. Gravel 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 Gravel. Ja, da brauchen wir eigentlich eh nicht, oder? Äh, ich dachte... Ich hätt ja gerade eben Namen gesehen. Ja, vielleicht meinen. Sorge, FNF3. Okay, wir sind so langsam oben. Siehst du Namen? Ne. Sneak, Mann. Das ist besser, wenn man... immer Sneak. Ach. Sneaken wird vollkommen übergewertet. Ja, man kann nur nicht die Namen sehen und dadurch die Menschen ausmachen. Ja, schon klar. Ey, warte, ich muss mal kurz was ausprobieren. Funktioniert das? Ja. Okay. Warte kurz. Ich bau dich mal kurz zu. Ich möchte was gucken. Oh, es liegt nicht mehr. Oh, ne. Schade. Funktioniert also doch nicht. Ach, ja. Dann halt nicht. Es gibt ja diese Möglichkeit, äh, sich die... sich die, äh... von den Spielern die Hitboxen anzeigen zu lassen. Früher gab's mal den Trick, dass man das dann anmacht und dann konnte man Spieler durchs Blöcke durchsehen. Aber das funktioniert leider nicht mehr. Ja. Ja. Wär auch blöd. Wär quasi Hax. Ne, nix Hax. Das ist, äh, von Minecraft selbst. Das ist Bug-Losing. Bzw. Minecraft-Looting. Boah, sag nicht. Wir sind im Berg. Wenn wir im Berg sind, dann können wir uns ja noch jahrelang rufen haben. Oh, Erde. Wenn wir jetzt eh nicht mehr in der Höhle sind, kann ich doch eigentlich die Koordinaten drinnen lassen mit den Folgen, oder? Jo. Jo? Gut. Luch was hier. Oh, oh. Guck mal, Luft. Tschüss. Ja, ich kann wieder atmen. Äh, nix da, nix da, ey! Tatschloch. Und sowas nennt sich Teampartner, ey. Wow, wir sind zwei Meter von der Flucht weg. Ich bin jetzt zwei Meter von der Flucht weg. Baut doch nicht mit Gravel, du Idiot. Wolle rum. Ich seh schon, komm, irgendwann bringt mich mein eigener Teampartner um. Oh. Was heißt Oh? Hallo? Guck mal rein. Wo bist denn du? Und da. Ich bin jetzt bei der Kuppel. Sind da Spieler drin? Nee. Also, weißt du was? Was heißt nass? Da sind Hasen. Und Kühe. Und die Truhen. Weißt du was? Ja, wir holen uns mal Essen, würde ich sagen, oder? Weißt du was? Ich wollte grad meine Kuh, Truhenkuh. Blumen, Samen, Blumen. Blumen. Dann nimm mal ein paar Sachen mit. Dann brauchen wir uns die nicht sammeln, falls wir Essen an. Blumen. Blumen. Wenn wir Essen holen wollen. Blumen, Setzlinge, Setzlinge, Blumen, Bla. 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 wie wird hier so viel Schiff reingetan tja frag ihn er ist ja voll der Schiff tschüss hallo was ausmissen das brauche ich nicht das brauche ich nicht boah hier ist so wundervoll viel Essen ey äh den Augen Aua ja oder ich weiß nicht wollen wir schon in die Hölle gehen? ne aber ihr lasst gleich lasst gleich mal gucken äh was die Dorfbewohner anbieten ok ich geh hoch nein wer hat noch auf mich wir sollten uns nicht trennen auch wenns nur so n so n so n so n bisschen ist ach ja wir sind ja auch noch hier wow das ist die unnötigste Ritter der Welt ach lol verdammt bin ich klug ey ich hab die ganze Zeit noch das Fax an das war's das 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 bin ich ein was bist du für eine ey hörst nicht mehr auf mich und ganze vier Villager das töten Papier ist verboten ach ja schön jetzt hab ich mal abgelaufen ja dann sagen wir super dann müssen wir uns jetzt bei den Villagern ausladen sagste das ist scheiße äh wie bist du reingekommen da ist ein Knopf ok ok ja dann bis gleich tschüss tschüss